PengAid Ok, Uhr 27 Machen wir mal hier das Level noch, würde ich sagen. Noch mal anderthalb Stunden. Ok, Hawke. Also, wenn das jetzt hier auf Anjebpunkt sind, warum renne ich denn nicht? Naja, gut. Aha, daneben. Na gut, voll rein. Brauche ich? Ich glaube, ich brauche noch am Ende eine Maske, um da durchzukommen oder so. Oh ne, das darf ich nicht machen. War das schon Ende? Ja, dann war das hier gar nicht. Was ist das? Die wucht sich? Was ist das? Hold! weil das jetzt doch nicht so lang gedauert hat Wie ich dachte. Ähm. Machen wir einfach noch das nächste Level. The Pits! Das ist das Regen erste Level. Also der Regen-Part des ersten Levels. Gibt es eigentlich irgendwie von wegen, linker Weg ist schneller als rechter Weg oder irgendwie sowas? Ich glaube, ich werde einfach mal den rechten gehen. Was? Nein! Ah. Gott sei Dank. Aber, weiß jetzt nicht. Bäh, Kamera. Äh. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. War auf jeden Fall nicht gut. Aber trotzdem Gold. Gut. Ah. Ja. So. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch Crash-Dash. Dann haben wir hier unten den ersten Warp Room hinter uns gebracht. Wenn das jetzt auch noch relativ schnell geht, dann könnten wir uns vielleicht auch noch um... Ähm. Obwohl, hier werde ich glaube ich Probleme haben. Ähm. Können wir uns auch noch um den geheimen Warp Room kümmern. Weil diese Level... Mit Rennen ist nicht so... Easy peasy. Lemon squeezy. Mit Rennen ist nicht so... Mh. ... ... ... Ach maaaannn. Würd ich auch noch direkt, man sind ja noch zwei Level. Ja, das kommt jetzt, wie gesagt, das kommt jetzt... Kommt jetzt auch an, wie ich mich hier anstelle. Es kann natürlich sein, dass ich hier ne halbe Stunde brauch, dann werd ich den anderen nicht mehr machen. Aber wenn das jetzt gleich hier so... Na, first try geht's nicht mehr, aber wenn das relativ schnell geht... Jedes Mal renne ich da rein, ne? So, im nächsten Tunnel war das, glaub ich, wo dann... ...wo dann linken Seite die Dreierkiste war. So. Schon wieder reingelaufen. Und schon wieder reingelaufen. Ah, die Kisten ist immer geil. Eine Mille für drei. Okay. Dann machen wir auch noch den geheimen Warpum, weil dann sind wir hier unten so komplett fertig. Nein! Äh... Zurück. Runter, bitte. So. Da. 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 Machen wir einfach mal weiter, gucken einfach mal weit wegkommen, können wir auch noch ein bisschen die Strecke kennenlernen, weil ich kann mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern. Nun. Jetzt spielen wir halt gleich nur noch eine halbe Stunde Tony Hawk. Bäh. What the fuck? Natürlich, weil ich gegen die Decke gestatscht bin oder was? Hitboxen und so, ne? Ach. Ah. Springen wir halt vorbei, ist auch okay. Ich glaube, das wäre nicht mehr weit gewesen. Mmh. Hm, hm, hm. Mmh. Mhm.